Heyho und Willkommen zu einer weiteren Folge von A Little To The Left. Heute geht's weiter mit Kleeblättern. Die Frage ist, was soll ich hier machen? Soll ich hier... Hä? Gibt's da schon ein Muster? Oh nee, 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 was... Warum kann ich da alle wegmachen? Sagen wir jetzt nicht, dass es auch wieder sowas ist. Gibt's hier irgendein Perfektes, was in die Mitte kommt? Okay. Jetzt finde mal die gleichen, ey. Äh... Ich dachte gerade, ich kann das nicht wegmachen. Das würde ich gerne auf die Seite packen. Das würde ich gerne auf die Seite packen. Äh... Ey, find mal zwei gleiche, ey. Das geht ja gar nicht. Mit diesen Löchern ist es ja noch ein bisschen einfacher, weil das zum Beispiel... Die gehören hier so zusammen. Aber wo ist denn das Äquivalent dazu? Nee? Nee. Nee. Da. Okay. Okay, wo ist das da? Hier. Komm mal her. Packen wir mal das da oben hin. Das da oben hin. Dann... Dieses Ding und... Ja. Dieses Ding. Komm mal da runter. Hm. Perfekt. Ey, du dämliche Katze. Warum? Wofür räume ich das eigentlich so auf? Ey. Das passt doch fast dazu. Nee, das. Kann ich da auch ranzoomen oder so? Das könnte doch fast dazu passen, oder? Ich verstehe noch nicht ganz. Hä? Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott. Ich hätte mich auch schon gefragt, ob ich irgendwie zoomen kann. Aha. Ja? Passt. Oh Gott. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber hier das. Das ist auf jeden Fall die Köpfe. Oder was auch immer das darstellen soll. Ah. Jetzt nur noch dieses Innere. Was ist das? Hier ist noch was. Da sind Schneeflocken und so. Das ist es. Das brauche ich. Nee. Ach nee. Fertig, oder? Ach nee, du willst mich doch verarschen. Ah. Okay. Dann zoomen wir mal ran. Also, es ist schon mal offensichtlich, dass das dazugehört. Jetzt komm. Komm, man sieht es doch schon. Hallo? So, und jetzt brauche ich diese komischen Körper da. Das sind die komischen Körper da. Jetzt komm. Ja, 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 ja. Und jetzt kommen diese Köpfe. Jetzt verstehe ich auch, warum da so viele andere Symbole mit dabei waren. Da sind die Köpfe. Danach dürfen wir das Ganze wahrscheinlich noch ein drittes Mal machen. Weil da war ja noch diese Schneeflocke dabei. Und Schneeflocke Nummer drei. Aber das sollte, glaube ich, weniger haben, ne? Das hat, glaube ich, nicht drei Stück. Doch, hat es. Weil hier ist das erste. Nee, 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 nee. So, aber. Nee. Hallo? Es war fast exakt genau drauf. Also, irgendwie mag das Ding mich nicht. Das war nicht mal annähernd drauf. Aber, I take it. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur so komische Pyramiden oder Sarg finden. Da. Das sieht doch aus hier so kleine Särgel. Perfekt, fertig. Yeah. Nächstes Level. Ich will nichts mehr mit diesem Mikroskop-Ding machen. Spinne. Äh. Ist doch hier. Das heißt hier. Sag ich doch. Und jetzt das noch bitte auf dieser Seite hier. In der Mitte. Ja. Natur des Inneren. Ah, so hieß das Kapitel. Unfassbar ordentlich. Das ist so eine kürzere Folge. Aber ich glaube, dann beende ich die Folge mal an der Stelle, oder? Dann können wir direkt beim nächsten Mal mit unfassbar ordentlich weitermachen. Bis dahin und tüdelü. Tschüss.